hallo da bin ich wieder und raus aus dem auto orientieren wo muss ich lang da und die nächsten erste muss ich mitnehmen wegen fackeln weil ich kann nicht ständig meine das hier verspenden und irgendwann müssen die wölfe doch mal aufhören mich zu jagen speichervorgang ich weiß auch gar nicht was bringen die haben mich jetzt einmal angegriffen weil ich ihnen entgegen gelaufen bin jetzt bin ich beim bär los jetzt habe ich auch permanent sicherheitswölfe am nacken ist hier was so weiter den ganzen mist brauche ich jetzt eigentlich gesagt nicht ich muss einmal nur dahin und ich denke mal ich werde für diese strecke einiges aufbrauchen müssen um ehrlich zu sein was ist denn hier los so geht mal ganz schnell ok da ist die nächste hütte da muss ich erstmal hin und hier ist mir eine wunderbare eisschicht ich werde hier am liebsten aussahen aber ich habe hier meine drei freunde im nacken so wie kann ich das ding abwerfen und dann könnte ich ja mal vielleicht mal ein paar schüsse versuchen so ok boah eh immer dieser bergauf durch nähe runter da ist was da ist was ja immer wenn ich das irgendwie versuchen kann zu rennen aber renne ich auch weil können die nicht das reh jagen da ist die kleine hütte da muss ich hin so jetzt versuche ich das ding mal vor meine nase zu werfen und hol mir jetzt mal den revolver na ähm fein im bogen das problem ist die fische halten sie still ist egal ich gehe jetzt hier rein und werde mal schnell boah boah meine wasser schlimmer ist die polizei erlaubt hier auf jeden fall geht hier die temperatur nach oben ok ich werde jetzt mal schnell hier ähm damit ich keine munition verschwende ok dann haben wir hier jetzt bin ich hier ähm ich finde das abgestürzte flugzeug ein dieb hat ein artefakt ähm aus der kirche ja welches artefakt ist denn das aber hier scheint nichts zu sein außer etwas futter und ein paar regale ok ich werde mich jetzt mal ein bisschen schlafen legen wie sieht wie sehe ich aus ich muss erstmal was trinken das ist ganz klar ähm da verbrauche ich da gleich mal wieder wie auch immer und ab ins bett fünf stunden schlaf dann kann ich bin ich auf jeden fall geheilt so es ist nacht wie man sieht noch mal sechs stunden schlaf jetzt kömm ich mal die wölfe da draußen ok dann mache ich nochmal vier stunden schlaf na machst du auf na endlich dann muss ich definitiv was essen eine dose hundefutter hier wird mir schon gekonnt schlecht ähm hier von etwas oder ich mache da von etwas etwas wasser ähm verstauchungsrisiko weil ich etwas zu viel wiege ok dann ja nimm das hier weg jetzt wiegt es denn nicht mehr so viel jetzt kann ich mal kurz abspeichern denn jetzt bin ich wieder in der optimalen Position ähm wie weit habe ich es noch nicht mehr weit hier ist kein Artefakt außer wahrscheinlich noch die scheiß Wölfe die von meiner Tür stehen ok die Wölfe sind erstmal weg so da muss ich hoch zumindest melden sich die Wölfe rechtzeitig an jetzt wo keine Wölfe da sind werde ich jetzt mal hier stocker jetzt wo ich es nicht mehr leck mich am Arsch nehme ich natürlich mit hier so ja das wird auch gleich verarbeitet so fackeln sollte ich das nicht lieber im Haus machen wäre auf jeden Fall sicherer dann geht meine Energie nicht runter hier obwohl die Energie geht runter aber nicht die Temperatur dann brauche ich nicht so viele Leuchtdinger hier so wird jetzt noch ein bisschen gebaut fackeln gut wird hergestellt hier finden wir natürlich welche Stöcker die werde ich ähm unterwegs aufsammeln Stoff 7 von 4 komm ähm Kleidung hier zerlegen haben wir wieder ein bisschen Stoff in der Zeit ähm wärme ich mich noch ein bisschen auf und hier diese Stiefel jetzt kann ich ja mal ne jetzt schaue ich mal nach bei Schuhen welche sind denn besser ach die können zerlegt werden ähm ähm okay jetzt kann ich speichern Hütte verlassen na komm not a bit schaum 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 not a bit not a bit not a bit